herzlich willkommen zurück einwandbehandlung block 2 nie wieder sprachlos für einsteiger in die kybernetische einwandbehandlungswelt technik nummer 9 die entlockungstechnik wie ihr name schon verrät entlocken wir damit kaufgründe oder gründe die aus sicht des kunden für einen termin oder für einen verkaufsabschluss sprechen wie du dich vielleicht erinnerst ist ein wichtiges zentrales strategien der kybernetischen einwandbehandlungstechniken jenes dass du eben weniger sprichst und mehr hörst was genau möchtest du denn hören frage ist leicht zu beantworten nämlich welcher köder an die angel muss bzw welcher grund aus sicht des kunden geeignet ist um mit dir einen termin abzumachen um ihn erkennen zu lassen welche dinge gesetzt sein müssen durch dich erfüllt sein müssen die für ihn schlüssig genug sind und es wert sind bei dir zu kaufen wir werfen also die rhetorische angel aus deshalb entlocken wir dem kunden durch bestimmte fragetechniken die gründe die aus seiner sicht geeignet sind um bei dir kaufen zu dürfen oder sich mit dir treffen zu wollen wir nutzen hierzu das was für die entlockung allgemein hin gut verständlich steht nämlich die maus hinter dem ofen hervorzulocken zu lochen genau die maus einzulocken oder hinter dem ofen hervorzulocken in dem fall aus ihrer behausung mit einem stück käse und in dem fall steht der käse für die frage die dir dabei hilft die dinge zu entlocken die du noch nicht kennst das wichtigste strategie oder eines der wichtigsten strategie ist eben genau das um noch mal darauf zurückzukommen dass nicht du derjenige bist der unentwegt vorschläge sendet in der hoffnung darauf dann einen treffer zu landen dass du mit den kauf argumenten die du absonderst auch genau die dominanten kauf knöpfe des kunden drückst viel einfacher ist es viel einfacher das lassen wir drin ja viel einfacher ist es wenn du dir vom kunden die empfehlungen liefern lässt die vom kunden erklären lässt was aus seiner sicht geeignet ist um einen termin zu gehen